Und da sind wir, da sind wir. Also Seevolk soll ablösefrei wechseln. Wie ihr wisst, ist Seevolk einer meiner absoluten Lieblingsspieler, auch wenn das nicht unbedingt nur durch Leistung begründet ist, sondern eher durch seinen unkonventionellen Spielstil. Aber ich feiere ihn einfach. Er ist einfach eine geile Sau. Und es würde mich irgendwie, auch wenn er sowieso keine Spielzeit bekommt, traurig machen, wenn er weg ist. Also schauen wir mal rein, woher Mepi diese News hat und auch was er für News hat. Mepi hat Kontakt zum Maulwurf. Mepi ist der Maulwurf. Let's go. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC Transfer News. Ich möchte mal wieder über die neuesten Transfer News rund um Hertha BSC sprechen und heute auf jeden Fall mal auf diesen aktuellen Prozess eingehen. Denn wir sehen ja momentan, dass unser Kader ausgedünnt wird und dass wir uns von, ich sage mal schon fast, überflüssigen Spielern, die momentan eher zu breite dienen, trennen. Und das ist so ein Prozess, den wir momentan relativ gebrochen haben. Und ich würde sagen, verlieren wir jetzt so viel Zeit und sprechen wir über die neuesten Transfer News rund um Hertha BSC. Und sprechen wir über Deo Weisio Zefug. Denn laut der Bild, die haben heute einen Artikel veröffentlicht, möchte Hertha BSC auch Deo Weisio Zefug noch im Winter sogar ablosefrei abgeben. Das Ding ist ja, bei Zefug wissen wir ja leider nicht, wie lange seine Vertragslaufzeit ist. Wir könnten jetzt nochmal gucken, wann er gekommen ist. Das wurde irgendwie nicht bekannt gegeben. Es hat Transfermarkt auch nicht rausbekommen. Zefug, wir können nochmal gucken, wann er gekommen ist. Ich meine, Michi P hat die Spieler ja immer gerne mit langfristigen Verträgen ausgestattet, damit sie auch lange gut leben können. Er kam, ich glaube 2020 zu uns. Ja, 2020. Vier Millionen haben wir ja auch damals für ihn bezahlt. Sondern war er zwischendurch schon mal verliehen. Also ich sage mal, ich schätze mal, er hat mindestens 24, tendenziell eher bis 25 Vertrag. Und, ähm, tja, dann müssen wir jetzt mal gucken, warum wir den ablösefrei abgeben wollen. Also hat der auch so ein geisteskrankes Gehalt etwa? Das kann ich eigentlich gar nicht glauben. 24, glaube ich, hieß es mal. Ja, würde passen, aber auch 25 würde passen. Aber warum will man einen, ich meine, der hat auch nur noch einen Marktwert von 1,5 Millionen. Aber wollen wir jetzt alle Spieler einfach kostenlos raushauen? Ich meine, Selke, Darida haben wir auch keine Ablöse bekommen, haben aber wenigstens Gehalt eingespart. Verdient der so viel? Aber wahrscheinlich, wenn wir vier Millionen bezahlt haben, wird der schon über, deutlich über einer Million wahrscheinlich verdienen. Und da sagt man sich, naja, von 50 möglichen Bundesligaspielen keine einzige Minute gespielt. Da macht es dann vielleicht auch einfach mal Sinn. Er hat jetzt für uns, wie viele Spiele hat er insgesamt gemacht für uns? 35, so viele, ja? Hätte ich gar nicht gedacht. Ein Tor, das legendäre Tor gegen Leverkusen, da hat er ja auch wirklich geil gespielt. Auf dieser Schienenposition hat er ja ganz gut manchmal ausgesehen. Aber es war es dann halt auch, ja? Aber er hat wirklich 35 Spiele gemacht. Also das hätte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Aber das muss dann gleich am Anfang vor allem gewesen sein, wo er ja peckerig ersetzen sollte. Naja, schauen wir mal. Die Bild berichtet. Wir schauen mal. Damit das Gehalt gespart wird. Das ist ähnlich wie bei Darida und Selke. Auch Darida und Selke werden jetzt nicht entgegen den großen Ablösungen abgegeben. Sondern man gibt beide Spiele ab, um das Gehalt einzusparen. Darida und Selke gehören ähnlich wie auch Cefug zu den Topverdienern des Vereins. Denn Michael Preetz hat wirklich dimensionale Verträge mit allen Spielen... Überdimensional würde ich fast schon sagen. ...einbart. Und das ist jetzt logisch, dass wir aufgrund unserer überdimensionalen Personalkosten uns da von den Spielern trennen sollen. Und auch die Eweisio Cefug soll noch im Winter abgegeben werden. Ja, vielleicht hat er auch so ein... Absolut. Marius schreibt, naja, Cefug galt als Talent und es war ja von Michi geplant, dass Cefug neuer Stamm-RV wird. Kann schon sein, dass der nicht schlecht verdient. Kann schon gut sein. Ich meine, auch in Mittelstädt hat er einen Vertrag von 1,8 Millionen. Wir haben den für 4 Millionen auch gekauft. Daran siehst du ja schon, dass er eigentlich über eine Million verdienen muss. Ey, dann wird auch Maulida noch einer sein, der gar nicht mal so schlecht verdient. Dem muss man noch viel eher loswerden, meiner Meinung nach. Hertha möchte den Kader, also BSC Sascha schreibt, Hertha möchte den Kader bis Sommer auf maximal 20 Spieler reduzieren, beziehungsweise muss also alles, was keine Chance hat, muss gehen. Ja, die Frage ist dann, du kannst ja trotzdem nicht alles ablösefrei verschenken. Kannst ja nicht alles... Also das ist ja... Ich weiß gar nicht, gibt es einen Verein, der einfach mal in einer Transferphase 5 Spielerverträge aufgelöst hat? Es sei denn, der war wirklich pleite und ist irgendwie abgestiegen oder so? Das ist ja schon ungewöhnlich, gar keine Ablösen zu verlangen. Vielleicht läuft es bei gewissen anderen Spielern, die als Leihspieler im Sommer wieder bei uns auf der Matte stehen, aufs Gleiche hinaus, ja. Klaas schreibt, wenn jetzt nach Selke und Lee und Seefolg geht, sind praktisch alle Kultlegenden weg, bleibt dann nur noch ein Sona. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Für Lee haben wir aber noch eine Ablöse bekommen, die ja sogar relativ hoch gewesen sein soll. Also nochmal knapp irgendwie, also mittlerer sechsstelliger Bereich. Das hat mich fast gewundert. Tja. Einige Vereine laut Fußballtransfers, die momentan an ihnen Interesse haben. Vor allem aus der niederländischen R-Devise soll es viele Vereine geben, die D-O-Waiso-C-Fürg verpflichten wollen. Und ich muss sagen, dass ich hoffe, dass es so schnell wie möglich zu einer einigen... Pass auf, dann geht er am Ende zurück zu Groningen. Die haben vier Millionen mit dem gemacht und dann geht er wieder zurück und die haben ihn kostenlos zurückbekommen. Kommt, D-O-Waiso-C-Fürg hat in dieser Saison nicht ein einziges Bundesligaspiel gemacht. Er hat im DFB-Pokal einmal gespielt und das für nur ganz wenige Minuten. Und ich glaube, in diesen Minuten hat er sogar einen Fehler gemacht, der dann zum Vier zu... Ah ja, stimmt. Da hat er noch diesen geisteskranken Fehler gemacht und danach komplett rasiert, gar keine Chance mehr gehabt. Also war katastrophal. Und sonst hat er, glaube ich, nur noch einmal in der Regionalliga gespielt. Ah, wir haben halt gesehen, der... Arthur schreibt, Arthur schreibt, glaube, es sieht finanziell so miserabel aus bei den Personalkosten. Da müssen wir weghauen scheinbar. Aber schon merkwürdig, dass da gar keine Kohle fließt. Ja, das ist auch wirklich ungewöhnlich. Es sieht ja auch miserabel aus. Wir wissen ja, dass es miserabel aussieht, wenn wir uns die Zahlen angucken, die veröffentlicht wurden. Es sieht ja absolut katastrophal aus. Und du musst ja auch, um Lizenzen zu bekommen. Ich denke mal, spätestens nächstes Jahr könnte es soweit sein, es sei denn, Dings schießt noch mal Geld rein. Wie heißen sie? Triple Seven Partners, die ja auch noch nicht bestätigt sind. Wenn die kein Geld reinschießen, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir innerhalb von anderthalb Jahren negatives Eigenkapital haben. Und die Regelung ist ja, um die Lizenz zu bekommen, wenn du negatives Eigenkapital mehrere Jahre hintereinander vorweist, dann musst du wenigstens einen Plan haben, wie das in Zukunft werden soll. Vielleicht ist das jetzt die Taktik. Aber wirklich gar keine Ablöse. Ich meine, bei Darida und Selke habe ich es jetzt noch verstanden. Bei den Summen, die die verdienen, zahlt keiner eine Ablöse. Aber jetzt auch noch bei Seevolk, gut, wer soll da eine Ablöse zahlen? Aber wenigstens irgendwie, keine Ahnung, 500.000, wie bei Lee halt. Das ist schon krass. Einfach nicht mehr relevant für die Planungen war. Wir sind hinten rechts. Die Saison echt breit besetzt. Wir haben dort John Joe Kenny neu verpflichtet. Und John Joe Kenny ist ganz klar die Nummer 1. Er macht jedes Spiel und spielt doch... Aber so breit sind wir jetzt auch nicht besetzt. Wir haben jetzt gerade John Joe Kenny. Okay, Seevolk, wollen wir dann abgeben. Dann haben wir noch Pekarik, der ist im Sommer auch weg. Und dann bleibt nur noch Eitschberger. Klar könnte man jetzt sagen, Eitschberger ist dann der Backup, ist der junge Spieler. Ich bin bei Eitschberger, vielleicht kommt es ja noch, aber nicht so überzeugt wie bei einem Ulrich. Also ich finde da schon einen deutlichen Qualitätsunterschied zwischen Eitschberger und Ulrich. Ich weiß jetzt nicht, ob der direkt der Backup für John Joe Kenny sein sollte. Aber vielleicht können wir uns auch gar nichts anderes leisten. Immer durch. Und dann haben wir eben noch einen weiteren Spieler dahinter, der, wenn mal Kenny ausfallen sollte, ihn auch ersetzen kann. Und das ist Peter Pekarik. Und dann haben wir dahinter noch Deo Weisio-Zeevölk. Und das ist eben auch der Grund, warum Deo Weisio-Zeevölk in den Testspielen oder auch zum Beispiel im ersten Spiel im DFB-Pokal gar nicht mehr als Rechtsverteidiger eingesetzt wird. Sondern weil wir dort momentan überbesetzt sind und es dort von Deo Weisio-Zeevölk... Wobei ja Zeevölk wirklich mehr als ein Rechtsverteidiger ist. Wo der schon überall gespielt hat, in den Testspielen haben sie ihn ja auch... Vielleicht war das ja auch ein Test, ja. In den Testspielen könnt ihr euch erinnern. Jetzt hier bei diesem Pokal nach der Hinrunde haben die ihn doch eingesetzt als Linksverteidiger. Vielleicht wollten sie einfach gucken. Die wussten, drei Verträge laufen aus im Sommer. Björkern wollen wir auch nicht mehr haben. Wahrscheinlich wird mit keinem verlängert. Oder die entscheiden sich jetzt, ob sie noch mit irgendwem verlängern. Vielleicht haben sie einfach getestet. Ey, müssen wir den jetzt wirklich kostenlos abgeben? Oder könnte man den auch als Linksverteidiger einsetzen? Am Ende verkaufen wir Nada für zwei Millionen, damit wir ein positives Transferergebnis erzielen. Der verdient halt doch keiner zwei Millionen Ablöse, Digga. Der hat eh nur einen Jahr Vertrag, glaube ich. Sollten den Jungen einfach die Chance geben als Backup, das würde uns auch wieder attraktiver für junge Spieler machen, ähnlich wie das damals unter Paar getan hat. Ja, ich meine auch ein... Ich meine, selbst ein Felix Magath hat ihn ja sozusagen einfach ins kalte Wasser geworfen. Hat dann zwar nicht geklappt, war ja auch nicht auf seiner angestammten Position und gegen Union hat sowieso keiner performt. Aber der ist ja noch sehr, sehr jung, hat ja noch Entwicklungspotenzial. Ich meine, nur im Vergleich zu Ulrich würde ich schon sagen, dass Ulrich das... Wenn ich mir jetzt drei Talente als Außenverteidiger von uns angucke, Luca Netz, Ulrich und Eitschberger, dann würde ich das genauso ordnen und würde sagen, Luca Netz schon so das vielversprechendste Talent. Dann kommt Ulrich und dann Eitschberger. Was ja nicht heißt, dass Eitschberger sich nicht noch entwickeln kann zu einem Bundesligaspieler. Seflug trennen wollen. Er spielt in den Planungen momentan keine Rolle und das ist absolut logisch. Ich finde, der Transfer von Seflug ist irgendwie sinnbildlich für die letzten Jahre. Also, was hier so schiefgelaufen ist. Wir haben für ihn nicht viel Geld bezahlt. Wir haben ihn damals... Na, vier Millionen finde ich schon viel. ...2020 in diesem Sommertransferfenster vom FC Groningen verpflichtet und wir haben uns so viel von ihm verhofft. Wir hatten die Hoffnung, dass er diese Rechtsverteidiger baustelle, die wir jetzt jahrelang hatten, dass er diese füllt. Aber das hat er nicht getan. In den ersten Bundesliga-Saisons jetzt vor allem... Die gleiche Hoffnung hatten wir übrigens damals auch mit Klünter. Also, es war ja wirklich immer so, dass wir immer schon als Pekarik Anfang 30 war, immer nach jemandem gesucht haben, der ihn mal ersetzt. Und das hat ja nie geklappt, weil die Qualität, die wir geholt haben, auch einfach dann noch schwächer war als Pekarik. In der vorletzten Saison... Auch im hohen Alter. ...ist er nicht wirklich reingekommen. Er war hinten rechts einfach viel zu fehleranfällig, hat viel zu wild gespielt und defensiv standen wir extrem... War das nicht auch in Leipzig, wo er eingewechselt wurde und innerhalb von 15 Minuten Gelb-Rot bekommen hat? Das war, glaube ich, auch gegen Leipzig, ne? In Leipzig. Und das war auch der Grund, warum Peter Pilger in den vergangenen Jahren Stammspieler war. Zum Beispiel auch im letzten Jahr. Da war Peter Pilger hinten rechts Stammspieler und der weiße C-Fug war sogar so schlecht, dass er nach Blackburn... ...zu den Blackburn-Ross. Er war so schlecht, dass er nach Blackburn ausgeliehen wurde. Also, ey, an unseren Laien muss man sich auch mal echt fragen, was wir bitte für Qualität haben. Egal, welche Laie verlief denn so, dass man gesagt hat, dass die gesagt haben, boah, den wollen wir unbedingt haben. Außer Alderete verlief keine Laie gut. Auch Seevolk wurde ja sogar im Sturm bei denen eingesetzt und dann hat er irgendwann gar nicht mehr gespielt. Also nicht mal bei Blackburn hat's gereicht. Ey, das ist ja bei so vielen... Auch bei Björkern spielt überhaupt keine Rolle, ey. ...glieden werden musste und dort hat er auch nicht überzeugt, hat dort auch nicht viele Spiele gemacht und bei uns macht er jetzt auch nicht viele Spiele und sein Marktwert, der schellt nach unten. Momentan hat er einen Marktwert von knapp 1 bis 1,5 Millionen Euro und das heißt halt eben, dass wir keine große Ablösung für ihn verlangen können und ich denke, das macht auch Sinn. Im Winter wissen wir, die Vereine sind nicht bereit, die riesigen Ablösungen zu bezahlen. Da gab's nur einen Klub, der da zu bereit war, im Winter viel Geld zu bezahlen und das war Hertha BSC. Einige Spieler müssen uns Ablösefrei... Stimmt, Meier ist auch noch ganz gut gelaufen. Auf Verlassen, wie halt eben Darida und Selke. Mit Darida und Selke sparen wir jetzt knapp, ich würde mal schätzen, 2 bis 3 Millionen Euro Angehaltskosten ein. Beide Verträge werden jetzt, beziehungsweise der Vertrag von Darida wäre jetzt am Ende der Saison ausgelaufen. Der Vertrag von Davy Selke wäre am Ende nächster Saison ausgelaufen. Nein, Selke war... Selkes Vertrag läuft auch 2023 aus. Selke wäre auch im Sommer ablösefrei gewesen, das ist es ja, sonst hätte man den jetzt auch nicht kostenlos gehen lassen, glaube ich. Wobei, wer weiß. Nee, nee, der ist auch 2023. Also Selke läuft auch diesen Sommer aus. Und so sparen wir relativ viel an Gehaltskosten ein. Das wäre ja ähnlich wie bei Dewey so Zähfulg. Dewey so Zähfulg, ich finde es macht keinen Unterschied, ob wir ihn jetzt ablösefrei verlieren oder ob wir ihn erst im Sommer entgegen einer kleinen Ablösung abgeben und dafür jetzt noch eine halbe... Das stimmt natürlich rein rechnerisch. Macht keinen Unterschied. Und wieso sollte im Sommer einer mehr bezahlen als jetzt, nur weil es halt Sommer ist und man mehr planen kann und so weiter. Aber warum sollte da mehr Markt da sein? Er wird ja wieder nicht spielen. Ja. Wenn man weiß, er spielt keine Rolle, er wird eh nicht im Kader sein, dann braucht man auch nicht warten bis zum Sommer. Sein Gehalt, vielleicht sind es 1-2 Millionen Euro weiter bezahlen müssen. Und deshalb bin ich froh, dass wir jetzt uns schon drum bemühen, Dewey so Zähfulg abzugeben. Und ich bin auch ganz ehrlich... Nochmal unter anderns Ecke. Bitz, danke, denn das ist eine geile Sau. Es war mehr oder weniger ein Missverständnis. Er hat zwar gute Ansätze bei uns gezeigt, aber wir haben gesehen, dass es für die Bundesliga einfach nicht ausreichend war. Und das, obwohl er sogar recht viel Hoffnung in ihm hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, so diese Phase, wo Paul Dada den Verein übernommen hat, als er seine zweite Amtszeit angetreten hat. Genau in dieser Zeit... Den Verein übernommen, auch geil. Wo er auch seinen einzigen Treffer für uns erzählt hat, gegen Bayern und für Leverkusen. Dort war er richtig gut dabei. Konnte als Rechtsverteidiger in der Dreierkette, ich würde schon fast in der Fünferkette überzeugen und hat dort einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich dachte, dass er angekommen wäre und dass er vielleicht in diesem System erzeugt. Ey, ich hatte bei ihm auch irgendwie immer Hoffnung, weil ich dachte, endlich mal so ein Dynamischer, der vielleicht auch nach vorne gehen kann, der vielleicht auch mal... Das war ja immer das Problem, dass Pekarik zu wenig sich nach vorne eingeschalten hat. Und das war unsere allergroßen Hoffnung, dass das jetzt so ein Flankenkönig und Abschlusskönig wird. Und dann auch noch dieses Tor gegen Leverkusen. Ich dachte, jetzt ist der Knoten geplatzt. Leider war dem nicht so. Aber er konnte Paldada nicht weiterhin von sich überzeugen und insgesamt war es auch einfach zu schwach. Vielleicht hätte ich mir aber doch gewünscht, dass man ihm die Chance gibt, in dieser Saison sich zu beweisen. Aber da ja der Kader so breit auf der Rechtsverteidiger... Mann, wir hätten den einfach mal auf der Acht ausprobieren müssen. Ich meine, gut, es war nur gegen Energie Cottbus, aber wie der da aufgeblüht ist auf der Acht. Wir hätten den einfach mal auf der Acht ausprobieren sollen. Ausgestellter Pader war vermutlich einfach auch kein Platz für ihn. Und deshalb würde ich ihn gerne eben verkaufen beziehungsweise ihn abgeben, damit wir das Gehalt einspannen. Auch die Weise C fügt Frist jede Menge Gehalt. Und bei unserem momentanen Sparkurs macht es ja Sinn. Wir beobachten diesen Sparkurs jetzt hier momentan bei mehreren Spielern. Wir haben jetzt nicht nur Selke und Dariya abgegeben. Bei Selke ist er noch nicht öffentlich, aber auch Selke steht jetzt kurz vor dem Wechsel zum 1. FC Köln. Sondern auch Dong Zhongli wird uns verlassen. Und allgemein steht der Kader im Sommer vor einem extremen Umbruch. Viele Spieler werden uns möglicherweise verlassen. Einer ist zum Beispiel Kevin Prince Boateng, wo es ja schon feststeht. Es ist halt auch voll schwer sich zu identifizieren mit Spielern, wenn gefühlt jede Saison eine halbe Mannschaft ausgetauscht wird. Es ist schwierig für Trainer, es ist schwierig für Fans. Ich hoffe, dass wenigstens die wenigen Lichtblicke bei uns bleiben. Bitte nicht Seefoilg, wenn ein neuer Klub mit einem Angebot kommen sollte. Seefoilg, glaubt, angewundert Bitzklaas. Aber es geht ja jetzt darum, dass wir ihn laut BIT ablösefrei abgeben wollen. Luke, danke auch noch mal für 100 Bits. Mein Lieber. Er verlassen, wie zum Beispiel Ivan Sonjic, wo nicht ganz feststeht, ja, wie wir mit ihm weiterplanen und irgendwie kristallisiert sich heraus, dass wir momentan ein Gerüst von einem Kader haben von so rund 15 bis 17 Spielern, die so das momentane Gerüst bilden und die das Gebilde für die Zukunft irgendwie darstellen sollen. Aber sind wir mal ehrlich, Dewey Seefück hat nicht einen Bundesligeeinsatz gemacht. Dong Zhongli hat diese Saison nicht einen Bundesligeeinsatz gemacht. Davy Selke war mehr oder weniger Rotationsspieler. Wladimir Darida hat drei Kurzentscheidungen. Ja, es sind halt alles Spieler, die wirklich überhaupt nicht essentiell für uns sind. Das muss man schon dazu sagen. Und wenn man damit Geld sparen kann, selbst wenn es nur durch Gehälter ist und nicht durch Ablöse, macht es ja absolut Sinn. Ich meine, wir haben ja, Bobic hat ja auch gewartet. Er hat ja bestimmt lange genug versucht, für die Spieler auch irgendwie einen Abnehmer zu finden, der was bezahlt. Und jetzt, wo sie gar keine Rolle mehr spielen, wer soll da kommen? Sascha schreibt, es ist zwar ein bisschen out of Thema, aber falls Fredi zum DFB geht, bin ich für Arno Friedrich. Er ist ja nur gegangen, weil er keine Entscheidungskraft mehr hatte. Ja, und weil da angeblich ja auch Streitigkeiten waren bezüglich Korkut, das zu lange an ihm festgehalten wurde und so weiter. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er darauf Bock hat. Das Einzige, er war ja eigentlich nicht so wirklich in die Transferphase mit eingebunden. Er ist halt absoluter Herr Taner. Er ist auch gut, was so die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Das Einzige, was mir bei ihm wirklich nicht gefallen hat, muss ich sagen, aber es wird vielleicht auch nicht seine alleinige Entscheidung gewesen sein, war der Umgang auch von ihm in den Pressekonferenzen damals mit Kunja. Weil das war für mich einfach unabhängig davon, dass ich es menschlich falsch fand, da Kunja für alles die Schuld zu geben, fand ich es auch rein taktisch nicht clever, ihn dermaßen safe zu sagen in der Öffentlichkeit, man will den loswerden. Also das fand ich taktisch wirklich nicht klug. Das ist gemacht. Wir verliehen zwar an Breite, aber wir trennen uns von Spielern, die in dieser Saison wirklich keine große Rolle gespielt haben. Und dennoch muss man schon irgendwie... Aber Arne wäre für mich auch einer. Vor allem hättest du da wahrscheinlich einen, der anstatt des Bobic-Gehalt einfach mal ein Gehalt hat wie Dirk Dufner. Und einen, der sich wirklich mit Hertha identifiziert und der auch nicht bei dem nächstbesten Angebot wieder abhaut. Könnte mir das auch vorstellen, dass wir mit so einem Präsidenten wie Kai Bernstein, ich meine das Präsidium muss sich ja darum kümmern dann. Es ist ja nicht nur Manager, er ist ja Geschäftsführer Sport bei uns für mehrere Abteilungen. Aber dann muss halt, ja, andersrum hat er dann halt überall Leute um sich rum, die Bobic eingestellt hat und die vielleicht auch Bobic-Befürworter sind. Wir wissen ja nicht, wie groß der Knall war. Mit denen muss er dann auch umgehen. Es ist alles nicht so einfach, muss man sagen, für einen Nachfolger. Macho, schönen guten Abend, ich denke, dass Bernstein den Boateng mit ins Boot holt. Also ich kann über die Fähigkeiten eines Boatengs als Manager nichts sagen, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, ob der, keine Ahnung, vielleicht unterschätzt man ihn da auch, vielleicht unterschätze ich ihn da auch, aber ich weiß nicht, ob der das Format hat, um Geschäftsführer Sport zu sein. Also, das ist wirklich nicht böse gemeint, ich kann es nicht einschätzen, vielleicht unterschätze ich ihn auch, aber vielleicht sollte man da wenigstens sich ein bisschen mit Betriebswirtschaft auseinandersetzen. Der könnte vielleicht integriert werden in den Vereinen in anderen Positionen, in Jugendintegration und sowas alles, das könnte ich mir gut vorstellen. Oder auch gewisse Themen um die erste Mannschaft herum, aber als Geschäftsführer Sport weiß ich nicht, aber wer weiß. Es gab alles schon, kann auch, also auf jeden Fall würden wir natürlich, wenn Bobic geht, deutlich Geld sparen und wahrscheinlich sogar nochmal eine Ablöse bekommen, was wir ja für die meisten Spieler nicht bekommen. Ich muss finden, dass wir noch irgendwie nachlegen müssen, damit wir den Kaner noch ein bisschen auffüllen können, aber das ist nicht die einzige News, die ich heute zu teilen habe, sondern die Bildberichte zusätzlich eben auch, dass Mittelstädt und Perek Hertha BSC auch verlassen werden. Das ist ebenfalls klar, allerdings möchte man beide Spieler, das heißt sowohl Perek als auch Mittelstädt, bis zum Sommer halten und ich glaube, das macht tatsächlich Sinn, es ist sinnvoll. Das finde ich gar nicht sinnvoll, aber das habe ich ja vorhin schon im Talk mit Dings hier erklärt, mit Flo. Warum sollte man, wenn man Mittelstädt eh abgeben will, im Sommer ablösefrei, ihn jetzt nicht gehen lassen? Wenn jetzt ein Angebot für Mittelstädt reinflattert, dann gib ihn doch jetzt ab. Wir haben doch als Backup dann Ulrich. Also das würde für mich gar keinen Sinn machen, so könnte man Ulrich wenigstens einen Kader mitnehmen und ihm Spielzeit gewähren, falls mit Platte irgendwas ist und müsste ihn reinschmeißen. Anstatt genau das, was wir mit Flo besprochen haben, anstatt man dann Mittelstädt jetzt hält, ihn ablösefrei gehen lässt, man hätte sich das Gehalt und eine Ablöse generieren können, Gehalt sparen und Ablöse generieren können. Vor allem, was ist denn, wenn Mittelstädt total auftrumpft, dann geht er im Sommer ablösefrei. Das ist ja noch bitterer. Also wenn jetzt ein Angebot reinflattert, wo einer nochmal irgendwie 2, 3, 4, 500.000 für Mittelstädt bezahlt und man ihn sowieso nicht verlängern will, dann kann man ihn auch abgeben, meiner Meinung nach. Bei Pekereg ist es auf jeden Fall sinnvoll, denn würden wir Pekereg und Deo Weißer Zivik abgeben, hätten wir nur noch einen Rechtsverteidiger und das wäre natürlich, das wäre extrem dumm. Wir wissen, was passiert, wenn wir nur einen Rechtsverteidiger haben. Das haben wir in der letzten Saison herausfinden müssen. Aber Mittelstädt ist ja kein, achso, ja, okay. Ist es irgendwie ähnlich. Vielleicht sollte man versuchen, wenn wir Mittelstädt umgehen, abgeben wollen, dass wir vielleicht Lukas Ullrich für Mittelstädt eingliedern, damit auch Lukas Ullrich mal langsam seinen Probevertrag bei uns unterschreibt. Das würde für mich am meisten Sinn machen. Wenn ich jetzt nicht mit Mittelstädt plane, dann gib ihn jetzt ab und ab mit Ullrich in den Kader. Und bei Platte ist eh öfter mal verletzt, dann kommt Ullrich, dann muss er halt spielen. Ihm steckt jede, jede Menge Potenzial und jede Menge Hoffnung. Aber eine Sache ist wohl momentan klar. Mittelstädt wird den Verein verlassen und man hört jedoch, so wird es hier mir momentan auf Instagram zugetragen, dass Schwarz nicht wirklich happy darüber ist, dass man Maximilian Mittelstädt abgeben will. Und ganz ehrlich, ich bin es auch nicht. Ich bin wirklich nicht happy, dass man Maximilian Mittelstädt abgeben will. Keine Frage, er ist nicht der Überbringer, er ist jetzt nicht der absolute Schlüsselspieler, aber hinten links haben wir ohnehin nicht so viel Qualität und dort müsste man auf jeden Fall nachlegen. Aber ich finde, Plattenhardt ist in dieser Saison extrem schwach und Mittelstädt, er gleicht das irgendwie aus. Er bringt extrem für Dynamik in das Spiel, macht unser Spiel schneller, schlägt die ein oder andere gute Flanke und ich möchte ihn eigentlich gerne bei uns weiterhin sehen. Deswegen bin ich da momentan enttäuscht, dass man Mittelstädt abgeben möchte. Aber, wenn wir dafür Lukas Ullrich eingliedern, hätte ich wie gesagt damit auch kein Problem, denn Mittelstädt, es ist klar, er braucht diesen Tapetenwechsel. jahrelang war jetzt schon bei Hertha BSC nicht der unverzichtbare Spieler. Er ist bei uns jetzt nicht zum Stammspieler geworden und das über Jahre lang. Er braucht vielleicht diesen Tapetenwechsel. Na, unter Dings war der schon immer gesetzt, oder? Unter Pal war Platte und unter den anderen Trainern war häufig Mittelstädt. Unter Korkut dann Björk Hahn. Wechsel um auch mal woanders die Wertschätzung, die er eigentlich verdient. Ne, unter Korkut war Björk Hahn auch nicht. Ne, unter Korkut war Mittelstädt richtig gut und unter Korkut hatte Mittelstädt so einen richtigen Aufwind. Das war der Einzige, der unter Korkut besser geworden ist. Björk Hahn ist ja auch einfach nur ein paar Mal drin. ... zu bekommen. Aber wenn Sano Schwarz nicht so happy drüber ist, dann sollte er ihn vielleicht auch spielen lassen. So würde ich es ja machen, wenn Plattenhard offensichtlich nicht so gut ist, wie man... Er hat sich einfach ein Bein gestellt mit dieser Kapitänsfrage, die für Plattenhard zu entscheiden. ... sich erhofft. Ah, nur gut, ich bin nicht der Trainer, ich möchte ihn da nicht reinreden. Man sieht jedoch trotzdem den Prozess. Viele Spieler werden jetzt den Verein verlassen und das vielleicht auch schon im Winter, damit wir die Gehaltskosten so früh wie möglich einsparen und damit wir dann im Sommer diesen Umbruch, den wir momentan ein bisschen anreißen, auch vollziehen können und dann endgültig viele Spieler, die extrem viel Gehaltskosten ziehen, eben auch verkaufen beziehungsweise endgültig auch verlieren. Wir müssen trotzdem nachlegen auf einigen Positionen. Im Sturm, Davy Selke wird jetzt wechseln zum 1. FC Köln. Das kann meiner Meinung nach noch klappen, dass er beim 1. FC Köln wieder zu alter Form findet, denn Steffen Baumgart, der macht aus ganz anderen Spielern, hat er schon Diamanten gemacht und das vielleicht macht er das gleiche auch bei Davy Selke. Vor allem beim Kölner Spiel werden extrem viele Flanken geschlagen und die suchen genau diesen kopfballstarken Zielspieler. Vielleicht ist Davy Selke genau der Spieler, den sie suchen. Daher wünsche ich ihm viel Glück beim 1. FC Köln. Ich weiß auf jeden Fall, dass Selke, wenn er gegen uns treffen wird, geisteskrank jubeln wird. Das war ja auch so krass, dass er selbst bei einer Laie, bei einer Laie, wo nicht feststand, ob er zu uns zurückgeht, einfach so krass gegen uns gejubelt hat. Es ist wirklich unglaublich. Ich glaube, das hat auch bei mir immer so krass mitgeschwungen, dass ich immer so negativ, natürlich auch seine Leistung, aber das hat mich so sauer gemacht, unterschwellig, dass er damals, als er eigentlich ja noch nicht fix bei Bremen war, so krass gegen uns gejubelt hat. Oder momentan ist. Das heißt, dort müssen wir definitiv nachlegen. Dann haben wir eben auch noch einige Spieler, die auf dieser Transferliste möglicherweise stehen, die Hertha auch noch verlassen können. Zum Beispiel Maoli da, da müssten wir vielleicht noch einen Ausspieler verpflichten. Maoli da auch noch ablösefrei abgeben, alles verschenken, ey. Dann. Wie damals, wenn man Sachen loswerden wollte, einfach vor die Tür gestellt zum Mitnehmen, ja. Für Leute so, irgendwelche alten Bücher oder irgendwelchen alten Krimskrams kann man zum Mitnehmen. Einfach so die Spieler vor die Geschäftsstelle stellen und gucken, ob einer von den Scouts, die wieder unsere Talente abgrasen wollen, den einfach kostenlos mitnehmen. Wenn wir vielleicht im ZM uns von einigen Spielern noch trennen. Vladimir Darida geht, das heißt, wir haben noch Toussaint, Sunil, Zelda, Boetius und Boateng. Vielleicht sollte man da nochmal nachlegen, damit wir auch dort die Kaderbreite haben. Also im zentralen offensiven Mittelfeld sollte man unbedingt nachlegen. Wäre so geil, wenn man diesen Parai verpflichten könnte. Das ist halt eben das Ding. Wir geben momentan recht viele Spiele ab und da wir so viele Spiele abgeben, müssen wir vielleicht auch irgendwie zusehen, dass wir die Kaderbreite weiterhin auch behalten. Denn sonst kann es halt eben sein, dass wir plötzlich, wenn die Verletztenwelle bei uns mal wieder losgeht und wieder fünf Spieler gleichzeitig verletzt sind, beziehungsweise bei uns sind es ja meistens sieben oder acht, dass wir dann richtig dumm aus der Wessel schauen. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir auch die Kader-Ausglichenheit weiterhin bewahren. Rechts hinten ist es sehr gut. Dort haben wir zum Beispiel eben auch noch Jürgen Eitschberger, der in der zweiten Mannschaft in der vierten Liga wirklich sehr gut spielt. Ich habe mir da ein Spiel angeschaut. Ich mag ihn sehr in der zweiten Mannschaft. Dort ist er sehr auffällig, ähnlich wie Lukas Ullrich. Ich finde, außenverteidigertechnisch sind wir gut aufgestellt. Ich muss sagen, die U23-Spiele, die ich gesehen habe, auch die im Stadion, also im Amateurstadion, da hat mich Eitschberger irgendwie nie so richtig überzeugt, muss ich sagen. Es ist schon ein krasser Unterschied zu Ulrich. Ulrich hat halt auch viel mehr diesen Offensivdrang, dafür ist er dann nach hinten manchmal nicht so krass, aber ja, dieser Offensivdrang, da siehst du halt schon was von Qualität, wie der so nach vorne mit dem Ball zieht und so weiter. Das sieht man jetzt bei Eitschberger nicht so, also bei den Spielen, ich habe jetzt nicht jedes Spiel live gesehen, aber ich habe schon ein paar gesehen. Aber zum Beispiel eben die ZM-Position, die Störer-Position, vielleicht auch die Außen-Position, dort müsste man nochmal nachlegen. Dann blieb es meistens stehen, erst dann, wenn man für 50 Euro zu kaufen draufgeschrieben hat, dann wurde es geklaut. Das wäre natürlich auch eine gute Idee nochmal. Psychologischer Trick, mein lieber Macho. Und das spätestens im Sommer, um dann diesen Urbuch auch zu vollziehen, denke ich, wird das definitiv passieren. So. Ein Verkaufsrekord kann man das ja nicht nennen, wenn man alle Spieler ablösefrei abgeht. Vielleicht ist es der Rekord von Vertragsauflösungen oder Verschenkungen oder so. Das war es mit der heutigen Ausgabe zu meinen Hertha-News. Wie gesagt, DWI-C-Fölk wird den Verein im Winter noch ablösefrei verlassen. Es gibt Vereine aus der R-E-Devise, die Interesse haben. Pegarek und Mittelstädt sollen Hertha-BSC auf jeden Fall verlassen, aber man plant momentan beide zu behalten, bis eben zum Sommer hin, um die Kaderbreite auch zu bewahren. Bei Mittelstädt steht es noch nicht ganz fest. Trotzdem aber, denke ich, wird es sich so in diese Richtung entwickeln. Und so viel zu den heutigen News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft oder die Hertha und die Bundesliga verpasst. Like gerne dieses Video, sollte es euch gefallen haben. Und hier in der Endcard könnt ihr euch... So, dann würde ich sagen, Like ist schon da. Schmeiße ich euch mal den Link rein vom guten Neppi. Könnt ihr da auch nochmal einen Klick da lassen, ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Abo.